Guten Morgen, wieder Sportfreundlich zu uns an den Bildschirmen. Ich begrüsse Sie recht herzlich zum Freundschaftsspiel hier auf dem Maisfeld. Und im roten Uniform, der Anul, der Match geht schon los. Und hier, der Anul geht schon los. Block von den Blauen. Keine Ahnung, wie die Blauen heissen. Schön geblockt von Amsteyn. Blockkiller gegen Gase. Anul muss retour. Und schön gespielt der Banden. Blockiert vom Blattkiller. Schuss von Blauen. Geht daneben. Amsteyn hat einen schönen Block. Amsteyn kann Amsteyn mal durch. Ah, nicht in diese Richtung. Oh, Anul muss übernehmen. Amsteyn kommt zu fliegen. Pass für das Goal. Niemand ist dort. Eieieiei. Und die Bromze geht in die andere Richtung. Er geht aber schnell hin. Amsteyn daneben. Amsteyn daneben. Eieiei. Ja, das ist noch das erste Spiel. Wir müssen es noch entschuldigen. Es ist noch nicht so eingespielt. Ist ja zum Glück nur ein Testspiel. Und hier geht es gleich weiter. Anul und Böck. Ah, wird weggedrängt. Oh, Amsteyn übernimmt. Oh, Böck kommt vor das Goal. Nein, wird blockiert vom Blattkiller. Jetzt, vor die Kiste. Niemand dort. Eieieiei. Was ist los mit diesen Leuten dort? Die Stürme sind nicht da, dass sie sein sollten. Oh, Anul wieder kommt er. Böck geht in der Retour. Freemail blockiert. Oh, das Bild ist gleich im Stottern. Der Böck ist ein wenig blockiert. Der Bande. Der Drittmitte. Blattkiller. Oh, Freeman blockiert. Jungs, Jungs weg. Oh, jetzt muss der Pass vor die Mitte. Es muss einer vor das Goal. Muss einer vor das Goal. Anul kommt. Anul kommt. Goal. Nice. Nice. Schöne Kiste von Anul. Schöner Pass von Freeman. Ja, die zwei für das ich bling. Und weiter geht es hier. 1-1 nach. Immer noch 3.20 Minuten zu spielen. Oh, Anul fährt daneben. Eieiei. Was für ein Safe von Anul. Oh mein Gott. Und der Bandana. Vier geht es. Oh, komm. Zieh ihn. Zieh ihn. Oh, Freeman. Oh, Freeman verscheisst. Oh, Amstel kann die Böcke im Spiel behalten. Oh, Anul fliegt. Oh, schön blockiert. Schön, jetzt vier. Vier. Luget. Pass kann sich die Mitte geben. Eiei. Nicht Retour. Was macht der denn? Oh, jetzt müssen sie ihn blockieren. Jetzt müssen sie rein kommen. Oh, schön rüber noch Freeman. Freeman zieht vier. Bandana. Pass in die Mitte. Amstel wäre dort. Eiei. Amstel blockieren sich gegenseitig. Und da schau. Ah, Anul nimmt Goal. Und müssen wir gleich wieder in der Erholung schauen. Schau. Eiei. Was macht der? Amstel. Zum Glück haben wir Anul noch da. Komm, fliegen. Tor. Ja, der war schön. Das war schön geflogen. Da muss ich gleich einen Schluck zu trinken nehmen. Eieiei. Schön in der Erholung. Danke. Der Regie hier. Ja, das war knapp. Knappe Kiste. Aber er hat gelenk. Goal ist Goal. Schönheitspreis gibt es. Und hier wieder Anspiel. Zwei Minuten. Zwei und vier zum Spielen. Zwei und ein Feuer droht. Anul wieder ein Bug. Oh, was will der? Ja. Ui. Ah, schön übernahm vom Amstel. Amstel bug in die Mitte. Mach den gleich selber. Mach den gleich selber. Oh, der wird knapp. Oh, Blattkeller mit Safe. Ah, der ist ein schöner Safe. Oh, Anul übernimmt. Kommt hinterher. Und Anul. Was macht der denn? Der Holtner, der wäre schon drin gewesen. Er holt noch raus auf der Linie. Oh, mein Gott. Schaut euch das mal an. Was macht der denn? Hat der mein Hirn nicht geschneit? Das wäre eine 2-1-Führung. So etwas kann man machen, wenn man 6-1 vorne ist. Eieiei. Zum Glück hat der Amstel studiert. Bug in Spiel geholt. Goal. Wer ist das? Freeman. Nice. 3-1. Zwei Minuten 20. Zehn Minuten. Zehn noch zum Spielen. Und jetzt. Anul wieder ein Bug. Oh, Hollywood hat aber noch. Der Gegner wächst jetzt eben abends durch. Und Raymond. Ah, safe von Anul. Aber sie bringt ihn nicht fort. Nachschuss. Hollywood. Wieder safe. Anul. Wow. Ah, das ist Action hier. Ein Schuss nach Manger. Hin und her. Ah, Raymond paut nach hinten. Ah, schön ich bin befreit von Anul. Oh, Anul zieht. Freeman steht im Weg. Oh, hat nicht mehr auf die Seite der Mäuse. Anul wieder in die Luft geflogen. Ah, zum Glück ist der Amstel da. Amstel nachher. Nachher. Nein, wieso bleibt der erst da? Eieiei. Ah, aber jetzt. Anul schaut noch wieder die Böcke ab. Uh, uh, knapp ein Bespiel. Ui, ui, der wäre gefährlich. Pass vor das Goal von Amstel. Oh, zum Glück schillt er dann gleich selber. Neiii. Befreiungsschlag von Raymond. Ah, Freeman war stark, schade hat ihn nicht erwischt. Oh, die Tika. Die Tika geht nicht mit in die Eiii, zum Glück schillen die! Oh, der Anullo mit schönem Konter! Ja der stimmt, der stimmt! Schon zieht er ab, macht schon sein Pirouette in der Luft Wow, geniale Kiste, super reagiert vom Anullo, nice! Und in der Anspiel Fresh Prince, der war ein Einwechslenspieler Wieder der blaue Wer nimmt ihn zuerst? Der Amstein Oh, schön etwas genüsselt Oh, was für ein Pass für die Kiste von Amstein Niemand da, niemand macht ihn! Nice! 5 zu 1, noch 30 Sekunden zum Spielen Wow, war das ein Angriff Und wieder, wieder ein Einer für die Kiste Eiii, das Mal geht er nicht ein an Freeman kommt daneben Konter von der Blaue, ah, Amstein mal den Mann vorne Und jetzt Amstein pass von der Mitte Pass in die Mitte, Janu kommt Goooooool 6 zu 1, Wahnsinnspass von Amstein Der Mann Der Legend Amstein Nice, schöner Abschluss von Manu Gut geschmeckt Schon knapp gewesen, Raymond würde auch kurz fliegen, Sultan würde auch noch dastehen Eiii, 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 Eiii Wahnsinnsschöne Kiste 6 zu 1, immer noch 17 Sekunden zum Spielen Gibt es noch das Goal, reicht es noch für einer 7 zu 1 Schauen wir mal an Schauen wir mal an Oh, schön gestiegen von Manu Schön weitergegeben von Amstein Oh, Freeman schiesst vorne Oh, schau jetzt wie der Anu steigt Wie der Anu steigt Oh mein Gott, die Kiste Wow, aber er muss gleich das Replay her Das glaube ich an ihm Die halbe Map fliegt er Schaut ihn in der verwirrschte Wachen drückt Wow, wow, wow Da, 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 da Da, da, da Da, da, da Da habe ich so schönes Goal gesehen Wow, wow, das kann man nicht öfter Kann man nicht genug schauen Wow, 7 zu 1 Ja, ich würde sagen Rot hat gewonnen Danke vielmals fürs Zuschauen Ich hoffe der Match hat euch noch gefallen Es wird sicher weitere Matchen geben Hier von Rocket League Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag Danke fürs Einschalten Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal